so und ein herzlich willkommen zurück auf meinem kanal wir müssen unseren kameraden so zu töten er hat die szene kenne ich das ist jetzt unser ostkampf und wir haben besser also wisst ihr wie fair das ist ebenfalls hier sind die waffen und granaten die wir dafür nutzen können ich glaube hier ist ein schutz ja hier war das schuss der schutz sicher war das so zu es ist unsere team kameraden so zu abmuxen aber die kritische laser kann man dann der auch noch kommen das weiß ich das passiert es wird viel gelaufen auch kleiner wichser man hebt doch dieses scheiß links auf scheiße er legt mich doch am arsch was soll ich eh hallo chill mal bin dein kumpel gut ja gut man schießt auf kumpels sozusagen hallo chill mal oh digga jetzt mal es geht friss mal ja gut nein 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 habt ihr gesehen wir können ihn somit töten oh mein gott digga oh du kleiner wichser wir können ihn somit äh ein bissel ankratzen oder sowas oh digga chill hallo ah was geht hier ja ja das musst du hinkriegen digga stecken sie da dran was geht ich habe gefangen mit dieser dreißen schlinder keine karte beenden sie es bitte lassen sie mich sterben wir sehen uns bald wir sehen uns bald und eine bessere Mord ey leute stell dir mal vor das seid ihr oder ein kumpel ihr seid im krieg und er ist einfach mal so Roboter schon krass alter gut sie verblüffen mich captain aber sie machen mir keine Angst ja 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 warte ich muss ja 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 sehr also ich werde es nicht sagen dass das es unfass aber es ist gottlos so ich hab nicht meine knarre ich nein 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 Was machst du? Wo bin ich bitte sicher? Okay, du kleiner Hohen. Ah, fuck. Fuck. Ich komm nicht ran. Scheiße. Ich bin im Instant Kill. Was ist jetzt an dem Kampf? Wer? Wir halten fest. Ich hab ein Messer. Eine Granate, eine Tesla-Granate und eine Laser-Kraft. Er hat einen Schutzschild, ein Atom-Sieres-Manzer-Roboter-Dings-Boomster. Und sämtliche Laser-Gans. Ja. Finde ich fair. Und ich kann jetzt geschützt nicht mehr weiterdrehen. Also, muss ich irgendwas kaputt machen? Aber... Oh! Dein Luftschiff. Wie grausam, Herr Rumpf. Hart, ach, reitende Männer waren an Korten des Zeppelins. Männer mit Familien. Haben sie denn keine Struppe? Wie abkommt die Böse? Ja, ja, danke. Wer von uns ist hier der ehrenlose Du oder ich? Nimm doch die Granate, Junge. Er wird sich komplett verarschen. Naja, doch. Ey, hallo. Er hat zwar 200 HP, aber lasst mich doch mal wohl. Zöger, du gehst in den Sofa und sagst, ne? Ey, fuck. Schieß mal kaputt, ja. Nein. Oh, Junge. Zmaul. Ah, nee. Fuck. Du nervst. Oh, du Wichser. Ah, das Ding ist also auch schutzsicher. Schutzsicher, Junge. Lass mich mal in Ruhe chillen, okay? Oh, fuck. Da kommt ne Pistole. Die hier. Und ne Flinte. So. Was ist daran her, Digger? Der hat nen Schutzschild. Oh, ich leck mich da rum. Wo ist denn da dieses... Oh. Gut, dann. Wir sehen uns gleich. Wie komm ich denn da jetzt hoch? Komm ich da hin? Ja, Medic. Medic. Ja, nee, nee. Mach du mal dein Ding. Oh, Scheiß. Hohrensohn. Ah, Junge. Es ist nicht schwer, nein. Es gab heftige Bosse. Äh, Dumigo. Der Wichser drauf ein. Aber geh mir nicht nur sack. Nee, muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss weg. Lauf, Bitch. Lauf doch. Medic, Medic, Medic. Oh, du Wichser, Alter. Es ist halt eigentlich simpel. Du weißt, was du machen musst. Alles runterknallt. Oh, Mann. Mach doch bloß nicht. Wie grausam, Kärchen. Hark abweistende Männerwahn an Worte dieses Zeppelins. Jo, kann sein. Nein. Hab ich von dir, du Kek. Lass mich mal Ruhe nachleiten, okay? Oh, Rockets. Easy, GG. Das schmeckt, Bruder. Rockets. Oh, leg mich doch am Arsch. Ey, lauf doch. Lauf. Bleibt doch nicht alle fünf Minuten stehen. Oh, Digga. Wir haben 260 AP. Ich darf es nicht verkacken. Ah, Digga, du Kek. Ja. Huch. Ey, Torben. Boom, du fickt Fotze. Boom. Oh, fertig. Ist er tot? Ey, Brie, bist du tot? Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Genachal. Noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer an ihrem Hals spüren und aufgeben. Warte. Ja, die will wir jetzt töten. Die will jetzt richtig aufschlitzen, Alter. Warte, 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 warte. Warte jetzt mal. Wollen wir hin? Oh, nee. Ja, wir müssen noch runter. Jetzt lass mich jetzt mal ankommen im Game, Alter. Tschüss. Wie viel Knarre du einfach haben, Alter. Sick. Ja, wir gehen sowieso mit Streuen los. Wir haben noch gekrabbelt, Herr General. Das wird Ihnen nicht helfen. Ich erwische Sie. So ein Mädchen ist das, Alter. Drei Tesslergranaten. Respekt. Das ist sick. Das ist sexy. Aber je mehr, desto besser. Ich glaube, ich kann nur drei mitnehmen. Oder? Yep. Fuck. Jo, dann rein in die Olga. Leider Gottes, ich bin nicht alleine. Und da werden noch mehr Roboter kommen. Weswegen der auch so eine Auflöderstation ist. Ah, ich fack. Habe ich euch zu viel versprochen? Näh. Oh, chill. Hallo. Heul nicht rum. Ey, warte, 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 warte. Ich bin tot. Medic. Heult der? Ich ist safe? Nein. Oh, fack ich euch überhaupt. Ah, come on. Heck, Alter. Oh, nein. Jetzt wer im Arsch. Aber leiser gegen leiser. Come on, du bitch. Geh drauf. Sonst gehen wir drauf. Ich habe ja noch Dinges. Nein, streu. Oh, nein. Nein, fuck. Nimm weg. Nimm. Oh, Gott. Die warte doch gleich noch 30 Jahre. Tschüss. Was ist hier los? Alter. Wo bist du? Welcher normale Mensch hat das jetzt überleben? Also, ich weiß nicht, weil es ein Spiel gegen mich hat, ne? Aber ich glaube, das mag mich nicht. Weil ich so ein Problem. Ich habe doch hin. Ich werde zufällig, weil sie beschossen. Aber mach den Stoff. Medic. Wo bist du? Oh, scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Halt auf den Kick. Hau ab, hau ab. Oh nein. War ein Joke. War ein Joke. Geh weg, 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 geh weg. Aber bis ich... Oh nee, lauf. Ja, schön durch die Flamme, Alter. Oh ja, fuck. Ich mache das nicht mit Absicht, ne? Ich habe keinen Streu mehr, scheiße. Ich sehe den gar nicht mehr. Blut. Wo bist du? Ah, da. Wollt ihr? Ey, was ist denn die Schwachstelle von dem Teil? Du Huren, so. Nein, das werden wir nicht ändern. Das bleibt so, wie es ist. So, ich kriege das so hin. Ich kriege das schon hin. General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer in ihrem Hals spüren und aufgeben. Das ist nur eine Muschi, Alter. So, wo waren die sich aufladen, Teil? Da haben sie wahrscheinlich keinen. Oder so. Hey, kann ich nicht die Roboter nehmen? Der liegt doch da so rum. Der ist doch noch funktionstisch nicht einigermaßen. Hätte ich nicht? Nein, scheiße. Ey, du kleiner Huren. Wie kann ich die andere jetzt wechseln? Ich habe kein Vorrat, ne? Ich habe nur das alles. An sich irgendwie so relativ gut hinbekommen. Aber. Ja. Was soll ich mit so viel? Also ich gucke jetzt mal, ob hier noch mehr so Rocket-Dinge rumliegen. Ich hoffe. Ich hoffe einfach, ja. Du wirst so sick. Nein. Ach, come on, Alter. Was soll ich mit 10 anfangen, Digger? Wir müssen gezielt sitzen, Alter. Medic. Wow. Nein. Ich komme da halt nicht mehr raus. Das ist das Ding. Wenn ich einmal unten bin, warst du das? Medic. Ja, so viele Granaten. Wow. Ich brauche, was nützlich ist. Warte mal. Ist hier wohl auf? Lass doch nochmal reingucken. Wegen der Reine, komm mal hier. Ey, come on. Ja, ja. Scheiße. Schrot. Ja, wow. Come on, Alter. Wir haben 10 Schuss mit dem? Also raketenmäßig. Wir sind im Marsch. Wir sind im Marsch. Yeah. Hab ich ja Bock. Ich komme aber nicht mehr zurück. Was ist das Blöde? Und ich kann das auch nicht von hier aus triggern. Das geht nämlich als wenn ich da unten bin. Ja, sicher liegt die Munition rum. Ja, das ist aber keine Rocket-Scheiße. Bro, what's the fun, bitches? Ich komme nicht mehr nach. That is triggered nichts. Ah, scheiße. Hi. Na, der war perfekt. Oh, du kleiner Wichser. Bleib doch stehen. Ich fick dich so oder so, du kleiner Bastard. Ey, das ging doch voller deine Frist. Du... ...knecht. Scheiße, wir sind ein Mädchen. Ich komme nicht mehr nirgends vorhanden, Digga. Oh, fuck. Oh, hast du was auf die Fresse gekriegt? Ihr lag doch, Muni. Oh, scheiße. Bin nicht blind, ne? Aber ihr lag doch safe. Munition. Oi. Für meine... ...Sendie oder nicht? Ey, Digga, chill. Chill mal deine... Ja, scheiße, wir sind gefickt. Wir sind gefickt, wir sind gefickt, wir sind gefickt. Muni, 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 come on, come on. Was ist denn die Schwachstelle von dem Teil? Kannst du mir das mal erklären? Ich sehe es nicht. Ja, hier steckt fest. Muni, äh, Medic. Muni, Medic. GG. Ich will nur mal sagen, dass es Streumunition ist, ja? Ah, ich hab doch Granaten. Ey, Junge, guck dir schon mal an. Ich hab... Ihr solltet überleben. Digga... Bin ich ohne Luft? Hallo? Was ist die Schwachstelle von dem Teil? Echt? Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht, Alter. Wenn ich jetzt aufgewinnig bin. Ey, Junge, wo... Wie? Ey, Junge, das ging doch voll auf dem. Oder nicht? Guck, hier voll... Voll ins Maul, Alter. Voll ins... Ich bin tot. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wow, mein aktuelles hier ist, diesen Kack zu töten, Alter. Das weiß ich auch so. General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden sie mein Messer in ihrem Hals spüren und aufgeben. Die Fotze nicht rausholen. Ah, Junge, das ist so nervig, Alter. So, wie soll ich das hinkriegen, ja? Ich versteh nicht eine einzige Situation, die im Kampf... ...der gegenüber mir ist. Er ist in dem... ...Roboter. Er? Roboter. Ich als menschliche, fleischliche Person... ...muss sich Feuer geben, die ich, äh... ...ja, keine Ahnung. Jetzt überlege ich dich, das ist... ...in meinen Augen nicht fair. Okay, die gehen nicht. Nimm doch diesen Medic. Wie, mehr nicht? Okay, ich dachte, die gibt's nicht mehr. Ähm, gut. Ich krieg den schon hin. Irgendwann... Ich will die halt nicht verwenden. So klein müssen wir den töten, aber... ...einen Schuss mit der gezielt, ja? Und... ...marsch. Weil die so leer ist. Alle probieren so aus. Ähm... Ne, war mit, ne, war mit, war mit. Einfach nur 10 Schuss, Digga. 10. Und die Rocket macht so gut wie keinen Schaden. So, weil da jetzt 800 Schuss sind, dann GG. Wird natürlich nicht so sein. Naja, aber immerhin mehr. 14 Raketen. Insgesamt. Das lässt sich loben, ja, ja. Das sieht schick aus. Soll ich da rein? Ne. Kann ich nicht da oben einfach so skippen? Keine Lust. Oh, man, oh, man, oh, man. Was mach ich hier? Also wir haben drei Granaten. Sämtlich viele Raketen. Ich werd's so machen. Wir werden die so auszunocken, so wie die ist das, ne? Und dann mit der Gun drauf losklatschen. Mach! Was hat jetzt so... Ey, Junge, ich dachte, das wär einfach effektiv gewesen, ne? Ey, Junge, das ist wie immer so ne hässliche Zeitverschwendung gewesen. Wir stecken, Brühe. Ja. Silvesterin ist jetzt so fair? Ich versteh's nicht. Digga, was? Wow. Granaten schmeißen. Junge, ich kann nirgends wo durchrennen, nirgends wo. Ist er noch nicht tot? Ey, guck mal, wie soll ich das überleben? So, warum? Wieso ist das Spiel aber so ehrenlos? Ey, Junge, ich geh jetzt schon wieder drauf. Willst du mich komplett verarschen? Nehm, dieses Scheißteil und nimm Jalla. Bleib doch nicht einfach immer stehen. Was ist mit dir? Hey, bloß nicht auf, Digga. Ist nur Munition. Gibt's Trex? Jalla. Vam, Digga. Komm, Alter, komm, fick dich. Ganz ehrlich. Digga. Let's more, du Bastard. Wie lange er denn noch? Die ganze Bude steht schon in Flammen. Ey, Junge, ganz ehrlich. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Fertig? Du bist bereit, Zeit zu sterben. Ey, wenn ich jetzt deswegen draufgehe, ne? Ich pick dich. Aber du kleiner Hässe, ja, Hurensohn. Ey, endlich. Das ist ein guter Jahrgang. Ey, joh. Deswegen auch so. Was ist das für ein Buch, Alter? Bis 14. Bis 14. Ein Atme. Bis 14. Ausatme. Ich werde nie vor Ihnen niederkriegen. Ach Gott. Dann erledige ich Sie bestehend. Und jetzt, er geht ihm. Und jetzt, er geht ihm. Wie kann das sein, dass ich überhaupt nur Gliedmaßen habe? Eine mächtige Frau mit Fackeln. Nur ein Kerz. Das war die ganze Granate, Alter. Der Name der eingefangene Blitzstrahl ist Und die Name Mutter der Verbanden nortet Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen Die frei zu atmen begehren Den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten Schickt sie mir die Heimatlosen Vom Sturme Getriebenen Hören Sie mich, Captain? Nein. Ich kann nicht feuern. Ich bin tot, Allah. Ich bin Feuer frei. Pfeil, geil. Das ist wirklich... An sich Ganz nice das Game Ich hab sogar so überlebt Aber nur schwerer machen können So ein paar Kämpfe war ein Unfair Aber erst in den Krieg Ich werde versuchen Diesen Äh Dings da Diesen Code Oh Gott, egal Diesen Code herauszukriegen Irgendwie Keine Ahnung Äh Das ist Kram viel Also Yeah Krieg schon hin Das war's mit dem Video Wir sehen uns im nächsten Game Keine Ahnung was es wird Ja, einfach abonnieren Glocke aktivieren Damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst Oder auch Livestreams Irgendwann mal Das war's mit dem Video Tschö Mit Ö Das war's mit dem Video